Mein Vater, Arte, 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 ist Gott, Arte, Gott, Arte, ist mein Vater, Arte, Arte, Arte. Die Weiber führen, Lehrerin? Die Weiber führen, Lehrerin? Wir hätten eher jeden Grund, sie unschädlich zu machen, denn sie führen doch schon längst. Sie halten das Heft fest in der Hand und nur ihres soll gültig sein. Nur diese Frisur soll absolut überwältigend sein. Sie führen jetzt überall das Wort. Führen, Lernen von den Weibern hat aber Nachteile. Kyrielaise, Kyrielaise! 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 Die Frauen werden gesehen, wo sie sehen sind. Sie sehen gebrauchte Menschen. Gebraucht wie sie. Der Lack an den Nägeln, fast abgeblättert, die künstlichen Nägel fast aufgerissen. Sie haben sich von der Natur losgelöst. Die Augenbrauenhaare wachsen nach, aber an den falschen Stellen. Die Körperhaare sind auf, wo es nicht sein soll. Die Dauerwelle wächst heraus oder man hat gar keine. Der Haarschnitte wächst nicht schlecht. Das Kind wächst überhaupt nicht. Der Hund ist tot krank. Ja, ja, aber nicht so krank wie die Frau. Ja, ja, die Frau. Ich hab anderes zu tun, als von dir gefickt zu werden, Papa. Ja, mein Kind, nur noch dieses Einmal hilfst du mir. Dieser Gegenstand ist aus einem so widrigen Material, ich glaub, Holz, Eisen oder sowas. Jedenfalls schwer und unhandlich. Zwei Meter Freiheit hast du dafür, um auf den Topf zu gehen und dann aus einem anderen Topf zu essen. Nur der Mensch greift sich zu seinem eigenen Vergnügen ein Loch in der Erde, denn er kann auch Türme bauen, Häuser, Städte, aber er kann auch graben. Die Tochter, wir leben, wir leben, wir leben die Tochter nicht. Jetzt bekommt die Zeit ein Schloss. Jetzt kann sie ablaufen, wie ich will. Nicht wie sie will, ich kann das Zeitschloss nach Belieben auf- und zusperren. Genau wie die Tochter, ganz genau so. Es ist ein Bedürfnis für mich, etwas zu haben, das nur ich aufstoßen kann. Eine Türe, eine Tochter, egal was. Die Tochter öffnen, das ist gut. Und was das Beste ist, das Beste überhaupt ist, dass sie mitgraben musste an ihrem Verlies. Mitgraben musste sie, die Kleine. Wir haben sie ausdrücklich mit Atmen bestellt. Mitarbeiten musste sie aber auch. Doch es war ja anfangs nicht genug vorbereitet. Wir waren ja alle nicht genügend vorbereitet. Da ist was schief gegangen. Sie musste für ihr Verlies ordentlich mit anpacken. Wer hätte uns denn sonst geholfen? Sie hat schon längst die Stadt verlassen. Doch steht noch das Haus auf dem selben Platz. Da steht auch ein Mensch und starrt in die Höhe. Und rincht die Himmel verschmerzensqualt. Mir glaubst es, wenn ich sein Atlet sehe. So geht es, wenn ich bin. Und reingesstattel. Ja, wenn ich über das Haus. Mein Herz war, wenn ich nicht bin. So geht es, wie ich bin.